Leider muss ich gleich zu Beginn dieser neuen Folge mit einer schlechten Nachricht anfangen und zwar nehme ich ja meine Spiele mit Fraps auf und das Programm hat aber irgendwie beim Finale unserer letzten Meisterschaft bei den Oldies die letzten zwei Runden nicht aufgenommen. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe das nochmal ausprobiert gehabt, aber es ging leider nicht. Ich hoffe euch stört das nicht allzu sehr, ich werde jetzt hier nach gleich eben nochmal den nächsten Versuch den wir jetzt bei der Meisterschaft unternommen haben hier reinschneiden, den könnt ihr euch dann trotzdem ansehen und ja dann seht ihr vielleicht nochmal kurz einen kleinen Ausschnitt wie wir dann erfolgreich über die Ziellinie fahren. Ich hoffe euch stört das nicht allzu sehr, ich kann auf jeden Fall sagen dass in den letzten zwei Runden nicht mehr ganz so viel Spannung da war. Die einzige Vermutung die ich habe ist die, dass das Programm oder das Spiel es für gar nicht möglich hält mit dieser unglaublich schweren und alten Rennklasse überhaupt auf Rang 1 mit sehr wenig Schaden zu landen. Das ist meine Erklärung, ich weiß nicht ob es daran liegt, vielleicht können wir es später nochmal probieren und vielleicht läuft es dann irgendwann. Ich würde mich darüber auf jeden Fall sehr freuen, diesmal hat es leider nicht geklappt und ja ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit. Schade, ich dachte wir kriegen das jetzt hier nochmal ein bisschen genauer zu sehen, aber nichts da. Also jetzt volle Konzentration.